Und jetzt ist das B-Team dran, ne? Mit der Mission mit Miss Marvel und mit Hulk. Und wie es euch... Einen Bereich hab ich bis jetzt vermieden. Wir kommen gleich hin. Er ist eine Brutstätte für AIM-Aktivität. Ich werde den Großen auspacken müssen. Es ist euch wahrscheinlich aufgefallen, ich hab schon mal die Iconic-Skins rausgepackt. Für Hulk und für Kamala. Davon ist was. Oh. Wir brauchen Verstärkung. Zack. Ah, wohin? Kamala. Bruce kann nicht mehr. Jetzt haben wir die komplette Wüste abgegrast. Und das reicht immer noch nicht. Okay. Bleibt, wo ihr seid! Ach, komm schon, Mann. Ein Kind und ein alter Mann. Ein alter? Okay. Dr. Pym empfängt euch jetzt. Doc... Hank? Pym? Aha. Da ist er dabei. Hank? Bruce? Was tust du hier draußen? Das könnte ich dich auch fragen. Echt schön, dich zu sehen. Ich freu mich auch. Kamala, das ist... Dr. Hank Pym. Ant-Man? Das... War ich... Früher. Folgt mir. Was ist das hier für ein Ort? Wir nennen ihn den Ameisenhügel. Oh. Nicht meine Idee. Die kam von einem unserer anonymen Hacker, Tiny Dancer. Nicht zu glauben. Dann sind... Das also alles? Inhumans, ja. Viele waren Häftlinge in einer Aemon-Lage. Ich fand so, als würden sie sich doch wehren. Fühlt euch wie zu Hause. Wir haben einiges nachzuarbeiten. Ja, ein bisschen machen wir noch. Wir haben in verschiedenen Einrichtungen in diesem Gebiet Experimente an Inhumans durchgeführt. Jetzt, wo wir Hilfe haben, sollten wir ohne weiteres in eine der Älteren eindringen können. Also brechen wir ein und holen alle raus. Im Grunde, ja. Das klingt doch nach einem Plan. Du warst auch ein Gefangener? Wieso denn? Du bist doch gar kein Inhuman. Taten meint, dass jeder mit Kräften eine Bedrohung ist. Sie haben dafür gesorgt, dass ich meine nie wieder einsetzen kann. Nach ihren Eingriffen in meine Physiologie kann ich meine Größe nicht mehr ändern, ohne zu sterben. Tut mir echt leid. Oh Mann, das ist auch scheiße so. Am Ende des Ganges müsste ein gesichertes Labor sein, in dem sich Zellen befinden. So, das, was sich eigentlich so ausgemacht hat, ist auf einmal weg. Also, mein Team macht aber auch gar nichts. Bitte ändern Sie das. Jarvis, sag mir, du hast es. Ja, Sir, bei 0,4 Sekunden Restzeit. Der Transporter erreicht den Ameisenhügel in etwa einer Stunde. Kommt zurück. Sehr gut. Wir müssen uns neu sammeln und besprechen, was wir als nächstes tun müssen. Ajo. Und wir machen hier einen Karten und wir sagen, wir konnten wichtige Forschungsproben sichern, aber er ist vier. Wir machen hier einen Karten. Wir machen hier einen Karten. Untertitelung des ZDF, 2020